Moin Leute, willkommen bei ComicInn und willkommen zu meinem nächsten Podcast. Heute habe ich mal wieder ein allgemeines Thema dabei, nachdem wir uns jetzt die letzten beiden Male mit Verkaufszahlen von US-Heften beschäftigt haben. Ich saß gestern so zwischen meinen Comics und dann habe ich so ein bisschen reflektiert und mir ist klar geworden, dass ich mittlerweile in meinen knapp etwas mehr als 10 Jahren doch schon einige Entwicklungen als Comicsammler genommen habe. Und da auch die erste Frage an euch, weil sich das zu Anfang des Podcasts immer ein bisschen besser eignet, weil zum Ende schalten ja doch einige ab, meint ihr, ihr habt auch so Entwicklungen genommen, verschiedene Stationen innerhalb des Comicsammelns erlebt, zum Beispiel auch einen Sprachwechsel und was sind die Gründe dafür bei euch? Das würde ich gerne von euch wissen und das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ich freue mich dann drauf zu antworten. Ja, 2008 hat bei mir alles angefangen, ich glaube es war 2008, mit einem Batman-Heft, ein einziges, das natürlich einen Cliffhanger hatte. Ich weiß nicht, ob ich ohne diesen Cliffhanger überhaupt so dabei geblieben wäre, weil es war ja doch schon für den Schüler ganz schön kostspielig, auch wenn es gebrauchte Hefte waren damals, aber ja, die begrenzten Mittel sind dann halt doch ein bisschen entscheidender. Auf jeden Fall Cliffhanger in der Saga Der Fluch von Batman und dann bin ich wieder zu Comic-Culture rein und der hatte zu diesem Zeitpunkt wirklich Unmassen an Dino-Comics, jetzt nicht unbedingt jede Ausgabe zigmal darum liegen, aber zum Beispiel von der Batman-Reihe hatte er halt fast jedes Heft einzeln für 1 Euro darum liegen, Special für 2 Euro und dann bin ich jeden Tag nach der Schule hin, hab mir mein Heft mitgenommen, vielleicht auch nicht jeden Tag, sondern so jeden zweiten und konnte dann meine Dino-Sammlung fast nur mit Comic-Culture-Käufen vervollständigen. So das letzte Drittel, da musste ich dann ein bisschen mit auf Ebay zurückgreifen, aber sowas wie Ostern, Geburtstage und so weiter haben dann das Übrige dazu getan. Ja, 2008 bis 2010 habe ich also nur von gebrauchten Heften gelebt, erst Batman, dann die JLA, dann kam Superman dazu, die Crossover nicht zu vergessen, die damals auch erschienen sind bei Dino und Marvel Deutschland, da habe ich auch beide Serien gehabt. Noch was, auf Spider-Man bin ich dann gegangen, Marvel Deutschland Spider-Man war dann meine erste Serie, die von Anfang der 2000er, diese ewig lange, die dann zweigeteilt wurde. Ja, das war so mein Start und dann so der gestiegene Anspruch, man kennt jetzt doch schon einige Figuren, besonders aus der JLA, Green Lantern habe ich mir natürlich auch geholt und dann habe ich in der Panini-Vorschau, die ich immer schön mitgenommen habe, ja, ich habe da immer durchgebettert, geguckt, was passiert so, okay, kann ich mir eher alles nicht leisten, uninteressant. Witzigerweise jetzt, ich hätte gedacht, okay, dann meine Sammlung ist hauptsächlich Batman, damals auch gewesen, dann werde ich mir ja wohl sicherlich die Batman-Ongoing-Serie zulegen, nee, das fand ich damals irgendwie nicht so attraktiv, da dann aktuell reinzugehen, sondern Black is Night, die Events haben sie mir damals eher angetan, weil ich doch dachte, da sehe ich eine größere Ansammlung von Helden direkt, von denen ich dann auf einen relativ aktuellen Stand gebracht werde, ohne dass ich die Ongoing lese und deswegen gehe ich in die Events rein. Damals hat sich aber auch schon gezeigt bei mir, dass ich so ein Event doch gerne komplett haben würde. Dann auch Black is Night habe ich dann abgewartet, Weihnachten, ich glaube, das streckte sich fast bis Weihnachten, dieses Black is Night Event, das ging bestimmt irgendwann Mitte des Jahres los und dann bis Weihnachten. Da habe ich dann, glaube ich, alles vollständig gehabt, weil ich mir die Monster-Edition gewünscht hatte, die Sonderbände, die ich mir halt sonst nicht hätte leisten können. Das war auch der Punkt, warum ich mir Brightest Day anschließend nicht wirklich leisten konnte. Es war eine super Ausnahme, dass ich mir den ersten Teil, also den ersten Trade wirklich mal selbst gekauft habe für irgendwie 13, 14 Euro und danach war halt direkt wieder Schluss für mich, weil es das Geld nicht hergegeben hat. Auch die habe ich mir dann, glaube ich, nächstes Weihnachten gewünscht. Da, wo sie noch erhältlich waren, zum Glück. Ja, aber 2010 war dann halt so der erste Punkt, wo ich mit Black is Night Nummer 1 mein erstes richtiges neues Panini-Heft gekauft habe und da war ich auch super stolz drauf. Die habe ich tatsächlich auch alle selber gekauft, weil das war was ganz, ganz Großes für mich. Bis 2012 habe ich allerdings wirklich kaum neue Hefte gekauft. Und Batman habe ich irgendwann angefangen. Ich glaube, ich habe sogar eher noch Simpsons-Hefte neu gekauft, als dass ich wirklich Superhelden-Hefte gekauft hätte. Ja, warum auch immer. Hätte ich lieber die Simpsons weglassen können und dafür, keine Ahnung, was lief noch damals als Heft? Batman, die Events? Da gab es gar nicht so viel, ne? Superman lief als Trade. Da gab es gar nicht so viel. Aber die Batman-Sachen hätte ich schon früher kaufen können. Da war ich dann tatsächlich, ich weiß nicht, vor dem New 52-Start vielleicht 5, 6, 7 Hefte bei Batman dabei. Schade, weil das große Event, das hat dann vorher gespielt mit Rip und da bin ich dann quasi eingestiegen, als das zu Ende war. Ja, aber ab 2012, da ging für mich eine Phase los. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie groß Reserven zurückgelegt habe an Geld. Vielleicht habe ich auch einfach mehr Taschengeld bekommen. Das würde es wohl gewesen sein. Und man hat ja auch noch den monatlichen Veröffentlichungsrhythmus. Nicht wie jetzt, dass viele Serien doch zweiwöchentlich liefen und dadurch Panini immer und immer weiter Sonderbände rausknallt. Das war damals ja noch nicht so. Mit der New 52 haben wir ja wieder ein deutlich breiteres Programm bekommen von Panini. Und da wollte ich dann in den zumindest großen Serien auch auf jeden Fall aktuell dabei sein. Green Lantern, immer gekauft. Stimmt, die Green Lantern-Sonderbände nach Black is Night, die hatte ich mir auch von meinem eigenen Geld gekauft. Das war auch mal was ganz Besonderes für mich und bis heute bin ich happy über diese Entscheidung. Genau, ich bin in Flash eingestiegen mit der Nummer 1. Die Heftserien habe ich alle gekauft tatsächlich. Die Finanzen hatte ich damals. Waren ja, ich glaube, vier Stück. Superman, zweimal Batman und Justice League. Die vier müssen es gewesen sein. Aber sowas wie Wonder Woman und so, das hatte ich auch noch nicht so wirklich auf dem Schirm. Habe ich mich nicht für interessiert. Und deswegen hatte Wonder Woman zumindest keine Chance bei mir. Und ja, es ist bei den großen männlichen Namen geblieben. Events natürlich immer, Flashpoint natürlich auch. Da hatte ich tatsächlich auch das komplette Event dann gekauft, außer die Monster-Edition. Was mit der Zeit dann ein bisschen ärgerlich wurde, aber gut. Das ist jetzt alles noch ein relativ uninteressanter Bereich, weil nur neue Paninis ist gut, das können wir alle. Und das wirkliche Jagen älterer Ausgaben bezog sich damals eigentlich nur auf Batman. Auf die alten Heftserien nach Dino. Das war nicht ganz leicht, aber durch Comic-Culture kam ich da schon gut an Sachen ran. Zum Beispiel, dass Voldemort Red Hood dann reinkam, habe ich ja quasi komplett aus dem Laden gebraucht gezogen. Jetzt überschleche ich mich hier schon beim Reden. Mann, oh Mann. Bin auch noch ein bisschen müde hier. Aber gut, ich will das Ding heute noch hochladen. Genau, die Batman-Heftserien. Ich war natürlich auch richtig gut auf der Suche nach den Green Lantern-Sonderbänden, aber die waren unfassbar teuer damals. Super schwer zu finden. Auch die Monster-Edition unfassbar schwer zu finden. Für normale Schülerverhältnisse, der nicht so eingebunden ist wie jetzt in der Community, der einfach mal weiß, wen er ansprechen kann, um gegebenenfalls irgendwie Sachen zu schießen, war das quasi undenkbar. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um da irgendwie weiterzukommen. Ja, 2016 ist, glaube ich, naja, okay, nehmen wir erstmal 2015, habe ich hier ganz zum Schluss, weil es nicht wirklich in Sachen Kaufverhalten irgendwie eine Neuerung war. Der große Boom kommt gleich. 2015, als ich im Studium war, fast durch mit dem theoretischen Teil, da habe ich plötzlich für mich entdeckt, dass Bagging und Boarden. Und ich habe mich unfassbar geärgert, dass ich das nicht schon länger getan habe, weil dadurch wurde meine Sammlung einfach so viel hochwertiger, qualitativ hochwertiger im Sammeln auch. Also für den Sammler ist wirklich Bagging und Boarden, würde ich sagen, ein ganz, ganz tolles Gefühl, einfach wenn man von einem Haufen Papier zu einem hochwertigen Haufen Papier hingeht, den man schön pflegt, wo nichts mehr drankommen kann. In der Regel, klar, es passiert immer mal wieder was Kleines, was Dummes irgendwie beim Sortieren, wo man sich dann selber in den Arsch beißen könnte. Aber im Großen und Ganzen sind Hüllen und Boards einfach was ganz, ganz Feines für den Comicsammler. Und diese Entscheidung werde ich auch nie bereuen, dass ich doch noch relativ früh, bevor mein großer Kauf Boom angefangen hat, da wirklich zu tendiert habe. Und dann, ich glaube auch einmal eine Bestellung hatte, also das erste Paket habe ich 100 Hüllen gehabt, da hatte ich noch nicht mal Boards, glaube ich. Und die waren halt super schnell weg. Ich hatte damals schon relativ viel. Und dann habe ich mir direkt gesagt, okay, ich mache mir jetzt eine Bestellung mit 1000 Hüllen, habe ich bestellt, aber nur, ich glaube, 200 Boards für die wirklich wichtigen Sachen. So die Deadpool-Heft-Serie, die erste, die hatte ich damals ja auch von meinem eigenen Geld gekauft. Die hat dann Boards bekommen. Ich glaube, die neuen Sachen haben Boards bekommen aus der New 52. Boards habe ich immer mal nach und nach wieder aufgestockt. Ich meine, die sind ja auch vergleichsweise teuer zu Hüllen, deswegen hat das ein bisschen länger gedauert bei mir. Aber mittlerweile habe ich auch fast alle meine Hefte mit Boards hinterlegt. Sowohl US- als auch Deutsch. Mittlerweile, immer wenn meine 100 Boards weg sind, werden direkt neu gekauft, weil ich kann das nicht mehr leiden, hier meine jetzt nur noch US-Hefte, also von den Neueinkäufen, einfach ohne Boards hier rumfliegen zu haben. Das mag ich einfach nicht. Und dann kann ich die auch nicht einsortieren, die liegen dann rum und ich brauche erst Back und Board. 2016 habe ich angefangen mit YouTube. Und durch diese ganzen Einflüsse, die auch durch euch gekommen sind, Kaufempfehlungen, Lesetipps, einfach nur Diskussionen, wo man dann auf irgendwas Neues gestoßen wurde, ist mein Kaufverhalten, wie ihr wisst, explodiert. Eine Zeit lang besonders. Das war eigentlich eine stetige Zunahme. Und jetzt, gut, es appt Deutsch ab, aber dadurch, dass ich jetzt viele deutsche Sachen ersetze, habe ich schon wieder so einen leichten Kaufboom. Und ich entdecke für mich diesen neuen Markt, immer und immer mehr englische Comics. Und das preisliche Verhältnis stimmt manchmal nicht ganz zu den deutschen Sachen. Da kannst du hier einen Megaband verkaufen und kannst dir dann ein US-Heft leisten. Was aber auch eine schöne Sache ist als Sammler. Ich bin ja immer Gegner dieses deutschen Comic-Werte-Verfalls, der hier betrieben wird. Und damit der auch so auf den Sack geht, finde ich das echt schön, einfach mal auch ein Heft für 30 Euro zu kaufen. Auch wenn es sich im ersten Moment viel anhört. Aber du weißt dann, du hast was Besonderes, was in dieser Form sein Geld wert ist und was auch nicht so schnell absinken wird, wie bei deutschen Veröffentlichungen. Ja, außerdem weißt du dann, du hast es komplett, du hast es alles einzeln, du bekommst nicht irgendeinen Trade geliefert, wo irgendwas wieder ausgelassen wurde. Die Zeiten habe ich jetzt hinter mir. Das muss nicht sein. Deswegen habe ich mich jetzt auch von meinen Panini Tod von Superman und Panini Nightfall getrennt. Carlsen Nightfall habe ich jetzt vorbereitet, dass ich den auch verkaufe. Auch wenn wirklich an diesen Sachen Herzblut hängt von mir, ja. Aber ganz ehrlich, da nehme ich lieber das Geld und besorge mir noch irgendwas anderes Feines, als dass ich es einmal komplett als US und zweimal unkomplett als Deutsch herumstehen habe. Deswegen musste das einfach weg. Er spart mir viel Platz. Ist jetzt so gekommen. Ja, der YouTube-Boom, so habe ich ihn hier bezeichnet, 2016. Ich habe mich natürlich auch viel, viel mehr mit Comics beschäftigt, wo ich schon an sich dran war, ansatzweise in Sachen Batman, in Sachen Green Lantern, habe ich immer mal geschaut. Was ist wie rausgekommen? Was haben wir nicht bekommen? Die Superman-Dino-Lücke habe ich schon angefangen zu vervollständigen. Da war ich noch in der Schule. Das ist Jahre her, die ich jetzt auch mittlerweile voll habe. Aber das sind so Sachen, da bin ich dann noch viel, viel tiefer reingegangen. Ich habe mir plötzlich angeguckt, was für verschiedene Heftsicherungen gibt es damals. Als Comic-Newbie, da guckt man sich die Dino-Hefte an und denkt ja grundsätzlich, das ist eine Fortlauferei. Ist es ja nicht. Da sind Specials drin, da sind vier Fortlaufereien drin. Das hat man ja alles nicht so auf dem Schirm. Man guckt, wo sind Crossover, die wir nicht bekommen haben. All sowas. Was gehört noch dazu? Was sind Tie-Ins, die wir nicht bekommen haben? Panini hat da immer einigermaßen guten Service geliefert, aber so großflächig abdeckend war das halt auch für DIN nicht möglich, uns irgendwie eine ganz detaillierte Auflistung nicht veröffentlichter Dinge zu bringen. Vielleicht auch ganz clever für den Moment, wo man sich denkt, vielleicht bringen wir es ja selber nochmal als Panini-Verlag. Bevor man sich da, bevor sich alle die US-Hefte kaufen, auf die wir aufmerksam machen, machen wir uns die Chance nicht kaputt. Ja, aber gut. Also da bin ich sehr, sehr viel tiefer reingekommen und wie gesagt, zu Anfang war ja der Comic-Tuber-Markt oder unsere Community an sich auch noch etwas größer, so habe ich es zumindest im Gefühl, ja, dass man doch deutlich mehr Einflüsse bekommen hat und Kaufempfehlungen. Mittlerweile ist das Ganze ja überschaubar, überschaubarer besser gesagt. Die Jungs machen weniger Videos, ich persönlich auch. Wir sind ja alle mal mit dem Anspruch gestartet, wie andere jeden Tag ein Video rauszuballern. Irgendwann waren es dann zwei, zweitägige Videos, dann alle drei Tage mal, dann einmal die Woche, dann zweimal im Monat und jetzt versuche ich ja wieder ein bisschen mehr zu machen. Wobei mir die Podcasts auch sehr gelingen kommen, weil es halt einfach ein bisschen weniger Arbeit ist mit dem rumgeschneiden. Zum Beispiel, das hier werde ich gar nicht schneiden und einfach hochballern. Ja. 2016 bis 2019 war halt ein übelster Kaufrausch für mich, ein einziger Kaufrausch eigentlich. Das habe ich mir immer gewünscht, weil ich ein absoluter Sammler bin im Herzen. Das hat damals mit Pokémon-Karten angefangen, mit Yu-Gi-Oh!-Karten, all das, mit Stickern und dann irgendwann mit Comics, aber halt nicht in diesem Ausmaß. Und dann, als ich mein eigenes Geld verdient habe, mein eigenes gutes Geld, konnte ich es mir halt auch leisten und diesen Luxus leiste ich mir auch sehr gerne. Ja, 2019 dann der US-Umstieg, wo ich für mich gesagt habe, okay, ich werde umsteigen. Ich lese jetzt mittlerweile sehr, sehr gerne US. Das habe ich auch durch andere Comic-Leser, Comic-Tuber besonders kennengelernt, zum Beispiel Flo. Und für mich ist es einfach sinnvoll, da dann auf den US-Markt zu wechseln, weil ich kaufe mir eh sehr viele Sachen dann teurer nach, die wir hier vielleicht nicht bekommen. Ich komme da schneller an die Sachen. Ich bin absoluter Heft-Fan. Ich liebe Hefte. Ich habe gern seltenere Sachen, habe ich euch gesagt. Wenn man dann sieht, man kauft sich ein Heft für 4 Dollar, 5 Dollar und zwei Wochen später geht es einfach schon 20 Dollar. Das ist einfach ein ganz tolles Gefühl für mich. Weiß ich nicht. Da denke ich, okay, ich habe wirklich was Besonderes. Hefte als Wertanlage ist ja immer so die Frage. Ich sehe es jetzt nicht als Wertanlage an, aber ich freue mich megamäßig, wenn es halt im Wert steigt. Ich weiß, dass ich mit Comics keine Millionen verdienen kann. Das sollte jedem klar sein. Auch keine Tausende. Aber ich freue mich halt mega, wenn ich ein seltenes Stück in meiner Sammlung habe. Und das ist absolut aufgrund dieser Sammelleidenschaft wirklich. Jetzt nicht nur auf Comics bezogen, sondern Sammeln an sich. Das ist halt prägend dafür, finde ich. Und deswegen ist US einfach für mich eine ganz logische Konsequenz mittlerweile geworden, wo ich anfangs gesagt hätte, ach, niemals. Ich bleibe mir immer treu mit meinen deutschen Sachen. Aber gut, auch dass ich immer meinte, ich werde hier nichts davon verkaufen, das löst sich jetzt nach und nach auch alles auf. Und ich gehe halt meinen Weg immer weiter in die Richtung Einzelhefte-Englisch. Ist auch ganz cool, dass ich wieder so richtig was zum Jagen habe. Der Panini-Markt für mich war quasi abgegrast in Sachen, interessante Sachen. Und dadurch hatte ich nicht mehr so viel zum Jagen. Ich musste ja da ja zwangsläufig schon ausweichen auf US-Sachen. Und jetzt kann ich halt, auch wenn ich einige Sachen schon kenne, sie nochmal jagen in neuer Form, die mich trotzdem sehr, sehr erfreut. Ja. Ich glaube, ich habe meine Liste soweit abgearbeitet und wir sind im Jetzt und Hier angekommen. Ich kann mir vorstellen, dass andere Leute weniger Entwicklungen durchgemacht haben, andere sehr viel mehr als ich. Ich meine, ich bin ja auch erst zehn Jahre dabei. Wir haben ja hier auch Zuschauer, Abonnenten, Comic-Tuber, die schon deutlich, deutlich länger dabei sind, Jahrzehnte. Und ich glaube, da kann man doch deutlich mehr Entwicklungen durchmachen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass jemand vor 30 Jahren gestartet ist, Deutsch gekauft hat, mit, keine Ahnung, Carlson, Kondo, was weiß ich, und bis heute einfach bei Panini geblieben ist, vielleicht seit 30 Jahren monatlich seinen Spider-Man bezieht und das war's, der gar nicht mehr will. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und dann nochmal, um den Anfang aufzugreifen, würde ich halt auch super gerne von euch mal wissen, wie ihr das so seht oder aus eigener Erfahrung sprechen könnt. Weil ich glaube, da hat jeder so seine eigene Geschichte zu erzählen. Genau, das war mein kleiner Podcast für heute. Ich gucke mal wieder, wie lange wir jetzt dabei sind. Ihr wisst, manche Versprecher dabei, 17 Minuten ist ja perfekt, genau so lange wollte ich ihn ungefähr haben. Ein paar Stocker, aber Podcast ist für mich Podcast, Podcast ist für mich was relativ Improvisiertes. Wenn ich jetzt einen kompletten Blackout hätte, dann würde ich schneiden, aber so natürlich nicht. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und vielleicht auch bis jetzt drangeblieben seid. Und ja, deswegen haut rein, bis denn.